Deal Breaker von Christine Drey Widmung für Melanie Werner Du bist und bleibst meine Heldin Kurzbeschreibung Ein Deal mit einem notorischen Regelbrecher? Keine gute Idee. Oder etwa doch? Nach seinem Rauswurf bei den Washington White Sharks lässt es Abraham Stellany krachen. Der ehemalige Center trinkt, feiert die Nächte durch und macht all das, worauf er als Football-Profi verzichten musste. Seine Karriere und was andere über ihn denken, ist ihm egal. Doch das ändert sich, als ein prekäres Video von ihm an die Öffentlichkeit gerät. Als Abe eines Morgens mitten auf der Straße von einer Fremden geküsst wird, ahnt er nicht, dass er mit genau dieser Frau schon bald einen verrückten Deal eingehen wird. Kapitel 1 Abe Aufmachen! Coach Clark donnert seine Faust gegen mein Spind. Ehrlich, ich weiß nicht, was sie zu finden hoffen. Aufmachen, habe ich gesagt, dringt der grauhaarige Mann mit Stirnklatze. Als ich keine Anstalten mache, beiseite zu treten, platzt ihm der Kragen. Aus dem Weg! Ungehalten schiebt er mich zur Seite und öffnet meinen Spind. Mr. Wilson, ein etwa 60-jähriger Mann mit auffallend spitzer Nase, wasserblauen Augen und Licht im Haar. Der Vorstandsvorsitzende der Washington White Sharks, den er im Stepptor hat, sieht mich mit finsterer Miene an. Mir schwarnt, was die beiden hier suchen. Kalter Schweiß bricht mir aus. Ich kann nur hoffen, dass der Coach keinen Blick in das Seitenfach meiner Trainingstasche wirft. Andernfalls, so hell, ich wusste es, stößt er hervor. Ich bin geliefert. Bringe ich meinen Gedanken zu Ende? Fuck. In der Hand, die Dose Pfefferminzpastillen, in der ich Gras und ein paar Gramm Koks versteckt habe, sieht der Coach zu mir auf. Die pulsierende Ader an seinem Hals lässt keinen Zweifel daran, dass er weiß, was er da in den Händen hält. Clark spricht der Vorstandsvorsitzende den Head Coach an und hebt auffordernd eine Hand. Ehrlich, es ist nicht das, wonach es aussieht, versuche ich, meine Haut zu retten, als der Trainer die Dose an Wilson überreicht. Ihre Ausflüchte können Sie sich sparen, Stelaney, sagt er eisig. Sie wissen, wie wir mit Spielern verfahren, die den guten Ruf der Mannschaft in Gefahr bringen. Sir, ich bitte Sie, tun Sie mir das nicht an. Die Washington White Sharks sind mein Zuhause. Die Jungs sind wie Familie. Wilsons abfällig verzogene Miene bleibt hart. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen, knurrt er. Das war's. Sie sind raus. Mit diesen Worten greift er nach der Tür meines Spins und schlägt sie zu. Mit der entschlosskneidenden Springtür schrecke ich aus dem Schlaf hoch. Mein Herz rast und mein Mund ist staubtrocken. Es ist früh am Morgen. Durch das Panoramafenster meines Schlafzimmers sehe ich die aufgehende Sonne, die im Osten den Horizont rot färbt. Verdammt nochmal, fluche ich leise vor mich hin. Jede Nacht dieselbe Scheiße. In meinem Bett sitzend verdränge ich das Bild des Vorstandsvorsitzenden aus meinem Kopf. Zwei Monate ist es mittlerweile her, dass Clark und Wilson die Drogen in meinem Spind gefunden haben und ich aus dem Team geflogen bin. Obwohl ich inzwischen mit Football abgeschlossen habe, verfolgt mich dieser eine Tag hartnäckig in meinen Träumen. Was ist denn los? Höre ich eine verschlafene Stimme hinter mir fragen. Schlanke Finger streichen über meinen verschwitzten Rücken an der Wirbelsäule empor. Ape! Sharons Gesicht erscheint in meinem Blickwinkel. Ich drehe den Kopf, sehe zu, wie sich die Blondine an meinem Oberarm schmiegt und aus ihren mit Mascara verschmierten Augen zu mir aufschaut. Hey, schnurrt sie und hebt eine Hand an meinem Brustkopf. Hast du schlecht geträumt? Die Lippen bedauernd geschürzt, lässt sie ihre Fingerspitzen über meine dunkle Haut gleiten. Sharon ist süße 21 und mein aktuelles Fuckbunny. Obwohl ich sie mit ihrer blassen Haut, den blauen Augen und blonden Haaren genau meinem Typ entspricht, ist das zwischen uns rein sexuell. Wie ich hat sie keinerlei Interesse an einer ernsten Beziehung, sondern ist lediglich auf guten Sex aus. Die perfekte Frau, wenn man so will. Keine Sorge, schnurrt sie und lässt ihre Hand über mein Sixpack und unter die Decke wandern. Ich bring dich auf andere Gedanken. Hey, ihr zwei, meldet sich eine zweite Stimme. Machen wir da weiter, wo wir heute Nacht aufgehört haben? Die Matratze bewegt sich und neben mir erscheint Lara, Sharons Freundin. Auf ihrem schlaftrunkenen Gesicht erwacht ein freudiger Ausdruck. Bevor ich etwas auf ihre Frage erwidern kann, schließt sich Sharons Finger um meinen Schwanz. Die Berührung ist unangenehm. Mein Penis pocht und fühlt sich an, als hätte ich eine Woche lang durchgefögelt. Daran hat die Pep-Bombe schuld, die ich mir gestern Abend eingeworfen habe. Das Zeug ist saugeil, aber schwer zu dosieren. Jedenfalls haben mich die Drogen nicht nur abheben, sondern vor Geilheit fast durchdrehen lassen, weshalb ich mich stundenlang mit den beiden Grazinnen vergnügt habe. Ehrlich, Pep-Bomben haben es in sich. In meinen Augen sind die Dinger krasser als Viagra. Ein andermal, sage ich, greife nach Sharons Hand und löse sie aus meinem Schritt. Wow. Mord sie enttäuscht, was zeigt, was für ein sexhungriges Luder sie ist. Nach einer Nacht wie dieser müsste sie eigentlich aus meinem Bett fliehen. Ich wette, ihre Pussys genauso wund wie ihre Lippen, die geschwollen und rot aussehen. Abgesehen davon war ich in meinem Drogenrausch nicht gerade einfühlsam. Ich habe mir vorgenommen, was ich wollte und das so oft und hart, wie es mir gefiel. Bist du sicher, dass du dir das hier entgehen lassen willst? Erkundigt sich Sharon, als ich aufstehe und die zwei allein im Bett zurücklasse. Sie hebt die Hände und umfängt eine von Laras üppigen Brüsten. Lassif beugt sie sich über den steifen Nippel ihrer Freundin und lässt ihre Zungenspitze um ihn wandern. Lara lässt einen Seufzen hören und legt den Kopf in den Nacken. Ich schließe die Tür, wenn ihr geht. Ist alles, was ich darauf erwidere. Unbeeindruckt fische ich meine Shorts vom Fußboden und mache mich auf den Weg ins Badezimmer. Mit pappig-trockigem Mund- und pochenden Schläfen stelle ich mich unter die Dusche. Wie es aussieht, habe ich gestern Nacht echt übertrieben. Denke ich bei mir, mein Penis ist dermaßen wund, dass selbst das warme Wasser schmerzt. Das nervt. Darum schließe ich bis auf weiteres auf Peppbomben zu verzichten. Das Zeug ist einfach zu heftig. Die Hände an der schwarz-gefließten Wand abgestützt, stehe ich da und spüre der Leere in mir nach. Sie ist eine Nebenwirkung meines neuen exzessiven Lebensstils und wie ein Parasit, der mich von innen heraus auffrisst. Glücklicherweise weiß ich, wie ich gegen sie ankomme. Eine Leihen koks und ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Bevor das Gefühl der Leere zu mächtig wird, wasche ich mich und steige aus der Dusche. Notdürftig abgetrocknet und mit einem Handtuch um den Nacken gehe ich zurück in mein Schlafzimmer. Inzwischen ist die Sonne ganz aufgegangen und taucht den Raum in warmes Licht. Mein zerwühltes Kings-Heiß-Bed ist verwaist. Gut so. Sharon weiß, dass ich nichts für Kletten übrig habe und hat sich mit ihrer Freundin aus dem Stab gemacht. Mit langen Schritten durchquere ich den Raum und steuere auf meinen in die Wand eingelassenen Kamin zu. Er ist vier Meter lang und mit einem 50 cm hohen Sichtglas verbaut. Über ihn thront ein 100 Zoll Flatscreen-Fernseher und auf dem Boden davor liegt ein weißer Hochfloorteppich. Wenn ich was eingeschmissen habe, liebe ich es auf dem Teil zu vögeln, weil es sich super flauschig anfühlt. Im Rande des Teppes entdecke ich, wonach ich suche. Den Handspiegel, meinen Schnupfröhrchen sowie den letzten Rest Koks, den ich im Haus habe. Ich hebe die Sachen auf und stelle fest, dass Sharon und ihre Freundin mir kaum was übrig gelassen haben. Genervt gehe ich zum Bett, setze mich und lege mir mit dem bisschen Schnee eine Leine. Es ist wirklich nicht viel, aber es wird reichen, um meine Stimmung vorerst aufzuhällen. Mit dem Röhrchen ziehe ich mir das weiße Pulver in die Nase und spüre bereits kurz darauf, wie die Wirkung einsetzt. Wer sagt's denn? Das nenne ich einen Start in den Tag. Zufrieden will ich gerade zurück ins Bad, da klingelt mein Handy, das zusammen mit meinem Autoschlüsseln auf den Nachttischkasten liegt. Ich nehme es hoch und grinse, als ich den Anrufe erkenne. Kaelin begrüße ich meinen ehemaligen Teamkameran schon auf den Beinen. Kaelin und ein paar andere Spieler der Washington White Sharks waren gestern bis spät in die Nacht bei mir. Ich hatte sie zu einer Pokerrunde eingeladen, die, sagen wir, etwas ausgeartet ist. Einige der Jungs haben deutlich über den Durst getrunken und sich mit den Mädchen, die ich für sie eingeladen habe, amüsiert. Was heißt das schon? Ich bin seit einer Stunde im Stadion und muss gleich zum Videobriefing, aber darum rufe ich nicht an. Ich wollte sagen, dass die Pokerrunde gestern der Hammer war. Ein Grinsen kreuselt meine Mundwinkel, da mir ist klar, warum er anruft. Die Jungs fahren voll darauf ab, bei mir abzuhängen und die Sau rauszulassen. In den letzten Wochen habe ich es so gut wie jeden Abend krachen lassen und er will wissen, ob auch heute eine Party bei mir steckt. Ich habe Corwin davon erzählt und jetzt ist er total mies drauf, weil er den Abend verpasst hat, erklärt Kaelin, während ich aufstehe und im Zimmer hin und her gehe. Stimmt, Corwin hat gestern wegen einer Familienfeier abgesagt, ich erinnere mich. Jedenfalls soll ich fragen, wann du die nächste Pokerrunde schmeißt. Mein Grinsen vertieft sich, ich hatte also recht mit seinem Anruf. Gute Frage, sage ich im Tour, so als müsste ich überlegen, heute ist Freitag, da kann ich nicht. Am Samstag habe ich schon was vor und der Sonntag, der ist auch verplant. Echt? Das klingt enttäuscht. Natürlich tut es das. Vor den Jungs liegt eines der lockersten Wochenenden der Saison. Sie spielen am Sonntag gegen die Tabellenletzten und das im Heimstadion. Dieses Spiel können sie nur gewinnen. Wie ich den Coach kenne, hat er den Jungs den morgigen Tag freigegeben. Ich wette Corwin und die anderen Frischlinge haben vor, dementsprechend die Puppen tanzen zu lassen. Und du hast wirklich das komplette Wochenende verplant? Erkundigt sich Kaelin. So ist das, heute Abend schmeiße ich eine Hausparty. Am Samstag bin ich bei der Eröffnung dieses neuen Clubs in der Innenstadt und am Sonntag gehe ich davon aus, dass wir euren Sieg bei mir feiern. Du schmeißt eine Hausparty? Ich schmunzle und bin sicher, dass sich Kaelins Augen gerade vor Freude weiten. So sieht's aus. Hast rein, Leute, ruft er. Abe schmeißt heute Abend eine Hausparty. Das begeisterte Stimmengewirr im Hintergrund lässt mich vermuten, dass er nicht der Einzige ist, der es kaum erwarten kann, bei mir aufzuschlagen. Na klar sind wir eingeladen, höre ich Kaelin jemand antworten. Oder, Abe? Wir sind doch eingeladen. Was für eine Frage. Klar, bejahre ich immer noch in meinem Zimmer hin- und hertigernd. Als ob ich eine Party ohne die Jungs schmeißen würde. Verschärft. Danke, Mann. Shit, ich muss Schluss machen. Der Coach kommt. Wir sehen uns. Bevor ich etwas erwidern kann, hat er aufgelegt. Mit einem halben Lächeln nehme ich das Handy vom Ohr und schaue auf das Display. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie Coach Clark gerade den Besprechungsraum betreten hat und die Frischlinge wie aufgescheuchte Hühner zu ihren Plätzen stürmen. Dieser Mann hat sein Team im Griff. Er ist wie eine Naturgewalt. Selbsterfahrene Spieler wie Cole, Nathan, Jester, Liam oder Alec haben Respekt vor ihm. Beim Gedanken an meine Freunde fällt mir auf, dass ich stehen geblieben bin. Die Wirkung des Koks lässt bereich nach und die Lehre ist im Begriff, sich zurück in meine Brust zu schleichen. Darum bestieße ich, mich anzuziehen und Scratch, meinem Dealer, einem Besuch abzustatten. Am besten decke ich mich gleich mit jeder Menge Schnee ein, denke ich bei mir. Schließlich habe ich vor, eine weitere legendäre Party zu schmeißen und das klappt am besten, wenn ich richtig gut drauf bin. Kapitel 2 Willow Warum habe ich mich nur auf dieses Frühstück eingelassen? Schimpfe ich mich im Stillen. Ich hätte wissen müssen, worauf ihre Einladung hinausläuft. Missmutig schaue ich meine Mom an, die zu meiner Rechten sitzt und sich gerade mit ihrer Serviette den Mundwinkel abtupft. Also, Cedric, wie ich höre, läuft es ausgezeichnet zwischen Ihnen und meiner Tochter. Mom, zische ich, was sie überhört und stattdessen den Mann zu meiner Linken anstrahlt. Von gut laufen kann keine Rede sein. Ich habe ihn erst dreimal gedatet. Dr. Cedric Fatherline ist der Leiter der Pulmologie im St. Peter Hospital, in dem ich arbeite und der Inbegriff eines Traumschwiegersohns. Zumindest in den Augen meiner Mutter. Zugegeben, für seine 40 Jahre hat er sich gut gehalten. Cedric ist schlank, hat kaum Falten und dichtes schwarzes Haar, das lediglich an den Schläfen ergraut ist. Meine Krankenschwesterkollegin nennt ihn Dr. Love, weil sie der Meinung ist, dass ein Blick in seine blau-grauen Augen genügt, um sich in ihn zu verlieben. Im Gegensatz zu mir sind sie fasziniert von dem Mann. Viele von ihnen würden sich ein Bein ausreißen, um ihn nur einmal daten zu dürfen. Und ich? Nun, ich bin weder auf der Suche nach Mr. Right noch bin ich scharf auf eine Beziehung. Abgesehen davon, dass ich gar keine Zeit für einen Mann habe, genieße ich mein Single-Leben und habe nicht vor, daran etwas zu ändern. Ganz zum Missfallen meiner Mutter. Ihre Tochter ist eine wundervolle Frau. Auf den Lippen ein Nächeln nimmt Cedric meine Hand, die auf dem Tisch liegt, in seine, und sieht mich an. Oh je, ich kenne dieses Glitzern in seinen Augen. Diesen Ausdruck, der besagt, wir zwei gegen den Rest der Welt. Shit. So sollte die Sache nicht laufen. Als ich ihn vor zwei Wochen bei der Arbeit auf eine Espresso in der Cafeteria eingeladen habe, tat ich das aus Mitgefühl. Er hatte damals eine 24-Stunden-Schicht hinter sich und musste spontan eine zusätzliche übernehmen. Ich hatte mit Leid mit ihm. 48 Stunden am Stück zu arbeiten, ist mörderisch. Ehrlich, ich weiß, wovon ich rede. Erst letzte Woche bin ich für meine Freundin Darlene eingesprungen, weil die sich den Magen verdorben hat. Als ich nach der Doppelschicht Feierabend machte, kam ich auf den Zahnfleisch daher. So fertig war ich. Jedenfalls hat die Sache zwischen Cedric und mir mit einem harmlosen Kaffee und ohne jeglichen Hintergedanken begonnen. Wie gesagt, er hat mir einfach nur leid getan. Ich hätte Mom nicht davon erfahren, er ist bei einem gemeinsamen Getränk geblieben. Aber diese Frau hat ihre Ohren einfach überall.